Liebe Leute, meine Facebook-Seite ist voll. Es haben sich 5000 als Freundinnen und Freunde gemeldet und jetzt muss die Sache umgestellt werden auf eine Page. Die findet ihr, wenn ihr auf Facebook Sabine Leidig sucht und alle, die jetzt neu mit mir in Kontakt treten sollen, müssen einfach Gefällt mir klicken. Für alle anderen bleibt es wie gehabt. Ihr könnt mir Botschaften schicken, ihr könnt Kommentare abgeben und vor allen Dingen könnt ihr sehen, was ich mache. Ich werde mich weiter mit vollem Herzen für den sozial-ökologischen Umbau einsetzen, aber nicht marktkonform für solidarische Mobilität. Und jetzt natürlich mit Europa ist es ganz wichtig, dass die Solidarität in Europa zum Tragen kommt und nicht die Diktatur der Finanzmärkte. Also, ihr seid herzlich eingeladen. Klickt einfach Gefällt mir.